Hey yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play, der Herr der Ring, die Schlacht mit Läder 2, Aufstieg des Sechsten im Königsharingkrieg mit den Zwergen, super expert, absolutes Desaster. Ja, ich muss das alles nochmal versuchen. Lustig, ne? Sehr, sehr lustig. Aber es ist in Ordnung. Wir versuchen es einfach nochmal. Und diesmal mache ich das tatsächlich so, ich baue einfach Minenschächte. Ne? Minenschächte. Ähm, und dann sehen wir weiter. Minenschächte und Gutes. Damit ich hier dann irgendwann die Bogenschützen ausbauen kann. So, das ist der Plan. Okay. Vielleicht habe ich Glück und kann die Orks sofort besiegen. Es wäre theoretisch machbar. Schaut's mal. Wenn ich das schaffe, haben die Orks kein Land. Dann muss ich sie nur noch in Lothlorien schlagen. Nicht leicht, aber machbar. Vielleicht. Kommt drauf an, wie das mit Saruman läuft. Aber hey, Dol Guldur und hier. Hier haben sie noch was. Wird nicht leicht, aber ich muss es versuchen. Wisst ihr, ich muss es versuchen. Wenn ich die Orks sofort wegbekomme, wäre das ein Riesenvorteil. Aber bevor wir daran denken können, die Orks zu besiegen, muss ich erstmal im Düsterwald gewinnen. Was nicht leicht ist. Es hat am Anfang unglaublich wenige Kommandopunkte. Ich muss viel kämpfen, viel leveln. Ah. Anstrengend. Aber ich gebe mein Bestes und vielleicht kriege ich es ja hin, dass die sogar schon geupgradet werden. Na, das wäre wunderprächtig. So. Ich könnte mir die holen. Ich könnte das so machen. Und ich glaube, ich mache das auch so, weil die Hobbits sind nicht schlecht. Die Hobbits sind wirklich nicht schlecht. Buffs und Spells. Brauche ich aber nicht, weil ich habe schon die Führerschaft. Das Gebäude, hier steht im Weg. Das Gebäude, hier steht im Weg. Okay. Okay. So, los geht's. Okay. Gut. Da hoch und weiter geht's. Ich muss auch mal gucken, wie ich hier zurechtkomme. Das ist nicht so einfach. So, wir machen das mal so. Bei mir seid ihr Spinnest. Seid vorsichtig, Mädchen. Rrrr, Mädchen. Ja. Bewegt deinen Teigen hinter. Was wäre die unteren Schützen? Okay. Ja, das sollte ich nicht machen. Bannerträger brauche ich gerade auch nicht, glaube ich. Ja. Wo ist der Bauplatz? Das ist gut. Ja, auf in den Kappen. Alles gut verzurbt. Wir haben das Gebäude eingesetzt. Ja, du hast scheuliche Fest hier. So. Ja, okay. So. Irgendwie muss es gehen. Ja, das darf ich nicht. Da sind sie. Okay. Dann go. Dann go. Weil wenn der hier schon... Boah. Okay. Ekliger Damage. Kann ich gerade aber nicht ändern. Wo ist mein... Genau. Okay. Das wird zerstört. Kann ich nicht ändern. Richtig nervig. Aber so ist es halt. So, der hat hier die Esse. Aufdecker. Okay. So. Noch was kaputt gegangen. Na, schade. Richtig ätzend. Die Schlacht ist nah. Ich rieche es. Das ist gut. Ja, alle Hände voll zu tun. Den Äxten, Zwerge. Die Schlacht ist nah. Ich rieche es. Die Schlacht ist nah. Okay. Ja, gehen wir alle da rein. Und warte mal ab, wo was kommt. Weil das ist der Vorteil der Zwerge. Ich kann hier wirklich was machen. So. Bis halt irgendwo Truppen auftauchen. Und dann schmeiße ich sie raus, ne? So. Aber bisher hat sich Drogoth noch nicht gezeigt. Die Hauptarmee hat sich noch nicht gezeigt. Also alles, alles gechillt. Das passt. Gut. Ah ja. Da ist der Feind. So. Ich hau hier mal ne Heilung rauf. Dürfte ja nicht schlecht sein. So. Drogoth ist super nervig. Aber so ist das halt. Kann ich nicht ändern. Okay. Okay. Ich baue einfach weiter. Mach weiter die Leute. Und gut ist. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Aber passt schon. Okay. Passt. Bin ich fein mit. Okay. Hier kommt Prinz Brand. So. Okay. Schaffen wir die, Drogoth? Sieht nicht schlecht aus, ne? Ich bin gleich fein. Ich bin gleich fein. Wo ist König Dein? Ja. Kann man machen. Ist okay. So. Und explodier. Die haben das überlebt. Sehr schön. Hier geht's da rein. Ja. Dann machen wir halt jetzt noch Äxte. So. Okay. Ja, den hätte ich auch gerne. Die sind jetzt erst bei den Spinnen. Das ist natürlich gut, wenn ich. So. Und der Streit macht es stark. Irgendwo hat es Spinnen. Okay. Keine Ahnung wo, aber irgendwo hat es Spinnen. Na gut. Okay. Okay. Ah ja. Okay. Okay. Ah, hier hat es Spinnen. Okay. Ja, die packen das schon. Ich bin gleich verletzt in Stellung. So. Der hat die Esse. Der ist noch Stufe. Ja, der ist noch nicht auf einer guten Stufe. Genau. Hier kommen jetzt die Feinde. Aber dann schmeißen wir die hier raus. Und die kümmern sich darum. So muss man das spielen. Genau so. Ja, ja. Das wollen sie. Vielleicht kriegen sie es auch ganz kurz, aber. Bestimmt nicht lange. Na, haben sie es bekommen? Nö. So, weiter geht's. Immer weiter. So, wo ist der König Dein? Steht vorne dabei. Sehr schön. So. Dann fange ich jetzt mal an, Statuen zu bauen. Ah, guckt mal. Da hat es Viecher. Fieslinge. Macht aber nichts. So. Sehr schön. Wir sind voll. Abfahrt. Okay. Läuft ja bisher ganz gut, ne? Würde ich mal sagen. Bisher läuft's ganz gut. Du musst da weg. Okay. Wenn's kaputt geht, geht's kaputt. Na? Sieht so aus, als wäre es kaputt gegangen. Na gut. So. Statue. Statue. Na, krieg ich die Heilung? Krieg ich die Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ich fürchte dich nicht. Yes. Heilung. So, immer die wichtigen Ziele abmurxeln. Und mit den Zwergen weiter geht's. Feuerpfeile. Und ich hab Geld. Ich hab jetzt tatsächlich Geld. Wollen sie das. Ja. Können sie ja versuchen. Na, der macht das schon nicht schlecht hier, ne? So. Den da töten. So. Das, 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 das. Der ist low. Da müssen wir das machen. Aufnahme läuft's. Sound ist da. Das ist mir sehr wichtig. Ich würde sagen, das sieht gut aus, oder? Ich mein, ich könnte natürlich versuchen, irgendwie an die, an die Schmiede zu kommen. Auch wenn ich nicht glaub, dass das funktioniert. Aber ihr könnt's ja mal versuchen. Einfach mal versuchen, was geht. Na, bis er nur noch ein Gebäude hat. Und dann passt das schon. Genau. Okay. Also ich muss sagen, ich hätte schon die Upgrades. Bin jährlich. Die hätte ich schon. So, ich mach die, bis auf die letzte Kluft, mach ich alles kaputt. Und dann mal gucken, ob er mich upgraden lässt oder nicht. Wenn ja, super Sache. Wenn nein, pech. Aber erst baue ich wieder einen Streitwagen, damit ich den wieder hab. Und ich könnte mal die Bannerträger aufbauschen. Das wäre nicht schlecht. Und wir können jetzt hier aufhören auszubilden. So. Okay, das ist egal. Obwohl, in so einem Axt-Klöppler könnte man schon noch brauchen. Okay. Hier geht's mal dahin. Du, du kannst eigentlich das hier alleine kaputt machen, oder? Okay. Jetzt gibt er auf. Haben wir noch irgendwo? Genau. Genau. Schade. Keine erste. Aber gewonnen. Und alle Truppen behalten, glaube ich. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist... Und ich war schnell. Das waren jetzt nur... Ja, knapp... Knapp 13 Minuten. Das passt. Behalten darf ich natürlich nichts, auch wenn ich's sehr gerne würde. Aber hey, wir haben gelevelt und wir haben die Orks... Hier, die Ork-Armee besiegt und... ordentlich Schaden geklöppelt. Was gut ist. So. Schade, schade, schade. So. Okay. Phase 1. Erfolgreich. Passt. Gut. Damit sind diese Kerle tot. Das ist gut. Jetzt muss ich nur gucken, krieg ich irgendwie die Orks weg. Das heißt, ich gehe hier hin, ich gehe hier hin, ich gehe hier hin und ich gehe hier hin und ich baue einfach weiter Minen. Ich kann hier eine Festung bauen. Ich versuche, Gralon schnell rauszukriegen, weil Helden sind gut. Ein zweiter Held könnte gigantisch wichtig sein. Er zählt nämlich und ihr doch mal gucken. Dann einfach mal schauen. Vielleicht dann Kaserne, Kaserne, Kaserne. Und dann Ausbildung und Truppen und ich spiele jetzt mal hyperaggressiv. Nicht gewollt klug oder sonst, sondern hyperaggressiv. Auch sehr interessant wird es sein, wie die Menschen laufen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Aragon hierhin geht, Eomer dahin, Boromir dahin und Theoden dorthin und die teilen sich auf hier, hier und hier. Das heißt, hier wird es eine Doppelschlacht in Lothlorien. Aber das geht. Lothlorien kann ich gegen zwei Leute besiegen. Das geht. Das ist okay, weil ich habe hier die Truppen. Das passt. Der König, dein macht das und hier mache ich den Angriff und dann sollte das gehen. Alles klar. KI macht das ganz komisch. So. Okay. Hm, hm, hm. Also Lothlorien habe ich groß getönt, kriege ich hin. Mal schauen. Mal schauen. Das ist Asok gegen Gimli. Asok ist Stufe 2, Gimli Stufe 1 und das ist Dagor Land. Das ist ein sehr großes Land. Müsste ich aber hinkriegen. Wird nicht leicht, aber sollte ich hinkriegen. Das ist eigentlich ein Even Matchup. Das ist wichtig, das ist wichtig. So. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich das meiste geschafft. Dann muss ich es nur noch schaffen, mit allem, was ich habe, auf die Orks drauf zu schlunzen und der Gloin, äh, Dein, der wird einfach weitergehen. Ich werde versuchen, komplett durchzurasieren über diesen, voll egal, bis nach Helms Club. Ich versuche einfach, durchzuraschen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Bis dann. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Das ist ein wunderschönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020